Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von F1 Manager. Ja, die Saison ist vorbei. Wir hatten das letzte Rennen in Abu Dhabi, was für uns nicht so gut lief. Also wir sind halt auf Platz 15 und 17 ins Ziel gekommen, was generell nicht so schlecht ist. Aber das Problem war halt eher diese Person hier, die es geschafft hat auf Platz 8 zu kommen und dadurch die notwendigen 4 Punkte zu holen, die uns dann auf Platz 9 zurückgeworfen haben am Ende. Platz 7 war drin und trotzdem haben wir es dann nicht geschafft, weil McLaren und Haas doch noch zu stark geworden sind. Aber ja, was will man machen? So, oh meine Vorstands-Dings. Okay, der Windkanal ist fertig. Autoentwicklung gesperrt. So, Ergebnis. Und damit endet eine fantastische Saison. Nach Kämpfen und jedem der einzelnen Plätze der Meisterschaft geht die Konstruktion an Red Bull, während die Krone der Fahrermeisterschaft dieses Jahr an Max Verstoppen geht. Sein Krone hat der Fall Innovation und spannende Wettkämpfe für den Sport. Jetzt ist es eine Zeit, eine lange Pause, bevor es nächstes Jahr wieder losgehen kann. Ja, hier sieht man die restlichen Plätze. Also, Elbin war auf Platz 12, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, man muss sagen, wir haben uns extrem durch diesen Kanada-Erfolg da oben über das Mal hingepackt. Das muss man auch jetzt mal so sagen. Wir hatten zwar in Singapur und halt in Japan Rennen, wo wir nochmal Punkte holen konnten. Aber im Vergleich dazu, ja, hätte es besser laufen können. So, wir versuchen natürlich Fahrer zu holen, weil hier der Vertrag läuft ja bald aus. In einer Woche sogar nur noch. Da müssen wir gucken, welchen wir bekommen. Wir haben jetzt mal gesehen, es gibt da einen Fahrer, der nicht unbedingt verhandlungsfähig ist. Okay, ist er doch auf einmal. Dann unterbreiten wir dem Schuhmacher mal einen Wagen. Er kriegt einen ersten Wagen, macht drei Saisons. Ich muss mal sagen, er kriegt eine Million. Startbonus von 150.000. Eine Million wollte ich haben. 150.000 Rennzielbonus für Platz 18. Kriegt er nochmal 100.000. Gucken wir mal, was er dazu sagt. Er ist noch ein unerfahrener Fahrer, von daher abwarten. Und damit würde ich sagen, haben wir einen neuen Fahrer. So, Schuhmacher ist jetzt offiziell Fahrer von Williams. Zumindest unsere Karriere. Ob das, wie es nächstes Jahr aussieht, wissen wir in nächster Jahr noch gar nicht. So, er hat einen Drei-Jahres-Vertrag. Elbin hat, glaube ich, einen Zwei-Jahres-Vertrag, soviel ich weiß. Ein Jahr. Ah, restlichen Vertrags-Vertrag, ein Jahr. Und Schuhmacher hat ja halt, hier steht auch, drei Jahre. Okay. Und dann kümmern wir uns um Sargent als Reservefahrer. Er sollte, wenn es geht, glaube ich, nicht so viel verdienen. Er kriegt auch hier drei Saisons, bevor dann er ersetzt wird. Also, eine Stufe höher geht. Er kriegt, sagen wir mal, was sagt denn hier? Eine komische Summe. Er sollte auf jeden Fall nicht so viel bekommen. Komm, wir kriegen mal auf 444.000 Startbonus. Sagen wir mal 20.000. Anbieten? Ist ja eben ein Junior eigentlich, ne? Nimm dann. Und damit haben wir unsere neuen Fahrer und der Vertrag. Doch alles funktioniert, wie wir es erwartet haben. Sehr schön. Natürlich kämpfen wir jetzt, äh, ist es eine Verschlechterung für, äh, Schuhmacher. Ne, weil ganz klar, der Wagen von uns nicht so stark ist, wie der von, äh, Haas. Aber er ist auf jeden Fall besser als Latifi, was uns als Team besser helfen, äh, deutlich helfen sollte. In diesem aktuellen Projekt haben wir noch eine Forschung von sechs Tagen. Die sollten wir eigentlich ja noch hinkriegen, ne? Würde ich jetzt mal so... sagen, aber die Entwicklung ist verboten. Entwicklung ist aber nicht unbedingt, äh... Was anderes. So, wir schauen mal kurz, äh, Einrichtungen. Müssen wir hier irgendwas noch reparieren? Das ist kurz davor. Aber das ist ja nur das Vorstandsbüro. Nur. So, Personal. Ist auch alles perfekt. Warum Scouting irgendwie da nichts abbeult? Ich, ich finde es super. Und. Design haben wir auch nicht. Aber wir könnten Design vielleicht ausbauen. Es kostet elf Millionen. Und bringt uns... Wir können halt gleichzeitig zwei Obteile bauen. Das werden wir auch nächste Saison machen. Wir bauen aus. Wir müssen ja stärker werden. Begrüßung von Logan Sargent. Er hat 37 Monate Vertrag. Also insgesamt wieder drei... Saisons. Hat Monatsgehalt von 37.000 Euro. Gutes Sümmchen. Schumacher hingegen kriegt ein bisschen mehr, ne? Bei Elbe müssen wir halt genau gucken. Da würde ich auch frühzeitig dann den Vertrag verlängern erstmal. Genauigkeit bei der Regenprognose. 70 Prozent. Ist schon mal sehr viel besser. Und dann gehen wir mal Tag weiter. So, Forschung ist abgeschlossen vom Chassis. Forschungsüberprüfung. Das ist schon mal erfolgreich gewesen. Okay, langfristiges Ziel halt. Wir haben drei von elf Rennpunkten geholt. Das Saisons muss ja erreicht werden 2024. Das heißt, wir müssen wenigstens elf Rennpunkte holen. Das ist... Puh. So, Überprüfung. So, beste Fahrerposition war Elbe. Der Zwölfter geworden ist insgesamt. Die Tradition ist ein bisschen gesenkt worden. um einen Punkt. Boah. Ist okay. Und das... Warum sind wir wieder auf Teamwertung auf Nitro... Oder war das nichts? Wir haben uns auf jeden Fall gesteigert. Oh, der Wagenheber. Die verschlechern sich ja alle. Alles klar, Reifenwechsel. Eigentlich müssen wir erstmal ausgewogen wieder machen. Wir sollten jetzt erstmal, genau, wie gesagt, ausgewogen trainieren in der Zeit, wenn es jetzt hier ist. So, das Kostenlimit wird gesenkt. Was ja uns eigentlich relativ egal ist, weil wenn man Kostenlimits sieht, wir haben noch ganze fast 80 Millionen. Da können wir richtig noch aus dem Vollen schöpfen. Mal viel passiert, glaube ich, jetzt so generell nicht mehr. Personaländerung. Position gesichtet bis 24, bis 24, bis 25, bis 24. Ist klar, da könnte man natürlich auch gucken, dass wir da vielleicht andere Leute holen. Äh, Boxenkuh haben wir ja... Das haben wir ja alles schon. Personal. Ihr habt keinen Vertrag. Ist ein 78er. Und den haben wir doch schon. Also, es sind nur vier Punkte. Ja, finde ich, bringt nicht so viel. Technischer Leiter. Da ist unser relativ weit unten. Mit einer 72. Und der nächste wäre 74, der frei wäre. Ist klar, man kann ihn von Ferrari oder Red Bull so holen, aber... Ob die dann echt so gehen würden, ich bezweifle das. Man sieht danach, die sind nicht interessiert. Er schon... Er hätte acht Punkte mehr. Hm. Ist natürlich die Frage, wir scouten den mal mit zehn Tage. Dann gucken wir mal. Und wir haben Renningenieure. Wo sind unsere Renningenieure? Wir haben einmal ein 78er und der andere ist ein 77er. Dann wären nur noch die anderen hier. Okay, wir hätten Ben Michel. Den wir mal scouten könnten. Der wäre eine 84. Der wäre natürlich deutlich stärker. Ansonsten... Ich glaube, sind da... Hier der... Bäcker. Der Dürer... Der Dürer... Der Dürer... Der wäre aber jetzt nicht sonderlich viel stärker als den, den wir jetzt haben. Das ist eigentlich genauso stark. Wenn wir jetzt den von... Den... Wo ist er? Ihn ersetzen, den Urwin. Gegen den Michel. Das ist schon eine Deutelsteigerung. Wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Aber wie gesagt, das sind halt sieben Punkte, die ja stärker werden würde. Und die Frage ist, für wen ist denn wer zuständig? Er ist für... Der Urwin ist zuständig für... Elben. Und der vier Schuhmacher. Dann würde ich ihn hier gerne... Bei eins schon niedrig. Tauschen wir mal die Fahrer. Wenn es ja funktioniert, dass er den... Besseren bekommt. Und da müssen wir halt gucken, ob wir... Irgendwann mal... Was rausquetschen könnte, ne? Aber wir gucken mal. Der Nächste, der keinen Vertrag hat, der stark ist, wäre er. Und das ist halt nicht viel. Da macht es nicht so viel Sinn, den dann... Einen Vertrag zu geben. Klar, man könnte hier... Die, aber die sind halt nicht interessiert. Und vier Punkte. Aber er wäre halt sechs Jahre jünger. Und hier war es ja so, dass... Bei dem ja gar kein Unterschied ist. Obwohl doch. Da sind wir auch am scouten. Von sogar noch Alfa Romer. Konkurrenten. Fahrrennung. Ja, wir wissen, dass wir Fahrrennung haben. Bis 23. Okay, wir haben Elbe nur einen Jahresvertrag gegeben. Okay, dann müssten wir gegebenenfalls den Vertrag nochmal um ein Jahr verlängern. Okay, wir müssen auch warten. Sonst holen wir einfach schon danach... Jawohl, na, Theo Pocher macht ja dann keinen Sinn. Ist klar, der ist stärker als Dings. Aber mal gucken überhaupt, was hier für... Dinger noch so rauskommen. Oh, der ist schon richtig stark, ne? Untätige Ingenieure. Ich darf doch nichts bauen. Was sollen die dann machen? Oder muss ich sagen, hier... Ah, wir können auch eine Forschung machen. Hätte ich das gewusst. Heckflügel müssen wir noch machen. Und in Seitenkästen. Wenn wir einen Heckflügel... Wir haben keine Stunden mehr. Haha, 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 haha. Und ich glaube nicht, dass wir weitergehen können, wenn wir null Stunden da einballern. Können wir wohl. Gell. Zwar nicht so viel. Aber die Werte steigern. Warum nicht, ne? Was ist denn hier? Überschreitung, Forschung... Okay, wir dürfen es also doch nicht. Hätte ja sein können. Ich bin gespannt, wie das Auto für nächste Saison wird, ey. Projekt bauen können wir auch nichts. Äh. Aktuelle Projekte haben wir auch keine. Ja, dann sind die halt momentan ein bisschen untätig. So, du. Dann schauen wir mal, ob wir hier die Leute bekommen, die wir jetzt hier gescoutet haben. Ihn haben wir. Vertrag hat er. Das kriegt man da gar nicht richtig. Das hat was verdient. Und... Ja, kann man noch eine detaillierte... Komm, wir machen eine detaillierte. Scouting-Bericht. Genau das gleiche ist beim anderen genauso. Und dann... Schnappen wir uns den kurz vor das Ende, hoffentlich. Wir sind... Ah, eng. Obwohl, ich glaube, wir dürfen ja... Noch Leute holen. So. Ja, ist mir schon klar, dass die Untek... Wie oft noch? Ich kann nichts ausbauen. Oh, guck mal, der Schuhmacher kann sich entwickeln. Dann würde ich überall erstmal auf eine 70 gehen. Und er kann sich auch entwickeln. Geht hier auch... Gerade Anpassung muss er trainieren. Vor allem, wir haben sehr junge Fahrer. Wir haben 23, 26 und 22. Die könnten auch eine Zeit lang bleiben. Aber wie gesagt, ich bin eher davon, dass wir irgendwann Sargent... Als Hauptfahrer haben. Neue Saison wird gestartet. Es ist dann der Zeit, dieses Jahr die Fahrzeuge zu überprüfen. Den Motor in dieser Zeit zu verwalten, um Verpflichtungen mit deinen Sponsoren auszuhandeln. Okay. Okay. Das haben wir wohl alles schon, ne? Kostet uns das jetzt Geld? Weil ich weiß immer noch, dass eigentlich... Dings doch sehr beliebt ist. Das Rennsimulatoren-Invent. Das wöchentliche Erfahrungsschub der Rennsimulatoren wird in jedes Wochen reduziert. Oh nö Rennbewertung Das Team muss während des Rennsponsore-Events In der Box veranstalten Diese wird die Box ablenken und ihre leicht verringern Anzahl der Renntage Die Krieger geht nicht Okay, dann bleiben wir bei 15 Und hier, das Team muss ein Sponsore-Event in einem Rennsimulator veranstalten Eine Fahrer können die Simulation nicht benutzen Während diese Veranstaltung ausrichten Also können sie keine solche Erfahrung sammeln Oder würde ich dann auch weniger machen Damit deine Fahrer uns besser Trifft Okay, dein Team muss ein Sponsore-Event In einem Trophäenraum veranstalten Die Einrichtung wird während der Veranstaltung Geschlossen, also enthalten die Mitarbeiter nicht Den üblichen Moralschub Joa, ist okay Fahrerauftritte Eine oder beide Fahrer müssen während der gesamten Saison Medienauftritte absolvieren Das ist große Publicity für deine Sponsoren Aber die Fahrer werden diese Wochenende des Auftritts Keine Erfahrungen sammeln Zehnschlüsse auch in Ordnung Renntag-Fabrik-Event Dein Team muss am Tag eine Rennsession Ein Sponsore-Event in deiner Fabrik veranstalten Deine Fabrik muss an diesem Tag alle Objekte aussetzen Einmal Und die würden halt nur Nicht viel Geld bekommen Fahrerauftritte am Rennwochenende Eine oder beide Fahrer müssen am Rennwochenende Medientermine absolvieren Das ist eine große Publicity für die Sponsoren Während die Rennens leicht abgelenkt sein Was die Leistung reduziert Nö Genau so bleiben wir Ist ein guter Preis So das Ziel ist es wieder neunter zu werden Was eigentlich ganz okay ist Technisch Konnten wir uns da steigern Autoteile Forschung Ja scheinbar schon Okay da haben wir uns ein bisschen dann gesenkt Was aber noch in Ordnung ist Das kriegt man ja durch die Das ist nicht viel Die Forschung hat noch einiges gut gerettet Ja die Forschung hat eigentlich relativ viel gerettet Und Sportliches Bonuspunkte für die Dings Nein Ja Punktevergabe bleibt auch Oh die kann ich auch ändern Ah okay Man kriegt Pro Platzierung Okay Aber der aktuellen Saison Oder Na ich weiß nicht Getriebe Limit 4 Yes Und Motor 3 Okay Ah wir können sogar Motorwechsel machen Ah die Kraft wäre glaube ich In Red Bull Powertrains Sehr stark Schwelle Leistungsverlust Team Finish war Platz 3 Platz 5 bei Renault Ferrari Platz 2 Aber Ferrari hat ja Boah Das ES ist ja halt hier bei Red Bull Powertrains nicht so gut Getriebe dafür deutlich besser Kraftstoff Okay wir müssen gegebenenfalls ein bisschen mehr Sprit sparen Was ja auch nicht so verkehrt wäre Thermischer Widerstand Sagt mir jetzt nichts unbedingt Ich glaube aber die Hauptteams werden diese Motoren nicht auswählen Weil wäre ja komisch wenn du ein Mercedes oder einen Ferrari Motor einbaust Wir wechseln auf den Powertrain Der ist halt 5 Millionen günstiger Und scheint momentan etwas stärker zu sein Und der stärkste zu sein Das kostet uns 15 Millionen Und passt auch relativ gut zusammen mit Alvin Weil der halt ein Red Bull Junior ist Interner Bericht Unser Wagen wurde schneller Die Beschleunigung auch besser Die Gehkräfte wurden etwas niedriger Die anderen Sachen höher Okay ist eigentlich gleich geblieben Okay also wir sind in der niedrigen Geschwindigkeit schlechter geworden Ah cool Die neuen Fahrer sitzen vor der Tür Das Fahrer will die nächste Saison sehen Okay wir gucken mal Also Red Bull bleibt bei Verstappen, Paris und Bremi Leclerc, Sainz und Giovinazzi bei Ferrari Dann haben wir Hamilton Russell und De Vries bei Mercedes Bottas Gasly Und Kubica bei Alfa Romeo Das ist schon mal ein interessanter Wechsel Haben wir Alonso, Ocon und Pochea Bei Alfa Tauri fällt jetzt Vettel, Guan Yu und Urevala Auch interessant Bei Haas fällt es Vesti, Magnussen und Fittipaldi Bei McLaren Passt auch sogar eigentlich recht gut Nur dass halt Piastri halt Der Hauptfacher ist Interessant Also das ist ein echt interessanter Wechsel Haben wir hier Schumacher, Albon und Sargent bei uns Und Stroll und Zunoda Und Hülkenberg beim Dings Interessant Also ist klar Vettel Hat natürlich eine Stärke von 83 Da hat Aston Martin sich auf jeden Fall etwas verschlechtert Und Alfa Tauri sich auf jeden Fall gesteigert Aber ich glaube es ist schon die Reihen Eins, zwei, drei Ja, so ist die Reihenfolge gewesen Das ist schon mal interessant Also ich glaube eher, dass wir mit Vettel diese Saison Nicht mehr so viel zu tun haben werden Und an sich ist glaube ich Haas auch ein dick schwächer geworden Weil wer es hier jetzt nicht so stark ist wie Schumacher Also wir haben uns fahrermäßig gesteigert Haas und Aston Martin verschlechtert Alfa Tauri hat sich gesteigert Und Alfa Romeo hat sich gesteigert Die haben sich extrem gesteigert Das könnte ein interessanter Kampf mit dem Mercedes bei denen werden Quan Yuzhou Stimmt, Quan Yuzhou ist jetzt bei Alfa Tauri Sieht jetzt aus Und die haben sich auch eigentlich relativ gut gesteigert Vettel ist zwar etwas schlechter Als Gaslimit, um ein Punkt Aber Ähm Schuh ist deutlich stärker Was heißt deutlich stärker? Drei Punkte als Dings So, wir kriegen Relativ viele Stunden Das ist schon mal sehr gut Das heißt, wir können relativ zügig wieder was bauen Wir können Sachen bauen Wir können wieder Sachen bauen Jawohl Da machen wir uns direkt dran Erstmal entwerfen wir Ein Chassis 1,5 Stunden Wir wollen ja ein bisschen mehr machen 22 Tage So Also Punkte gehen überall höher Also sollte das schon mal besser sein Wir nehmen 5 Stück Und gehen auf schnell 19 Tage Und machen direkt noch eins Mit dem Unterboden Wir nehmen wieder 1,5 Stunden Und 22 Stunden Im Windkanal Okay, wir haben überall Höhere Punkte Perfekt Wir nehmen die restlichen 5 Stück Machen schnell 2 Millionen Kostet das Ganze hin schon Unser Unterboden ist schon extrem teuer Anfertigung Wir haben 4 davon 6 davon Ja, mengenmäßig sind wir da ganz gut Wir sollen 7 da werden Das wird jetzt übelst schwer Entweder ist unser Wagen deutlich stärker geworden Kann man das Können ja gucken Analyse von unserem Auto Teamvergleich mit St. Martin So St. Martin hat schneller Ist da schneller Ist da besser Also generell Wenn man das so sieht Sind wir Immer noch sehr weit hinten Aber wir müssen allgemein gucken Oh Oha Wir sind immer noch sehr weit hinten Aber das ganze Feld Kann sich ein bisschen Hinten ja Hinten hergemischt Wow Hinten hergemischt haben Aber ich glaube eher Dass wir Immer das schlechteste Team sein sollten Aber wir werden die mal Ein bisschen schneller upgraden Weil wir direkt 2 Sachen Auf einmal bauen werden Weil wir jetzt auch genug Leute haben Gibt es auch Vor-Saison-Tests So Okay Personal Ich glaube Dann brauchen wir auch jetzt eher so Ah Wir können die Verbessern Okay Vergess ich meistens immer so ein bisschen So Aber jetzt gucken wir uns erstmal Die Leute an Hier haben wir Ihn Der will 2,8 Millionen haben Das kriegt unser aktueller aero-Dynamic-Cheft 1,8 Millionen Man muss auch auf das Geld achten Wir haben nur 12 Millionen Da ist die Frage Was eher wichtiger Ja ich würde sagen Ein Renningenieur Obwohl der aero-Dynamic Unser schlechtestes Das schlechteste Mitarbeiter wäre Der will 2,8 Millionen So Das würde jetzt schon mal kosten Uns 3 Millionen 3 Saisons Kriegst 3 Millionen Startbonus von 350.000 Vielleicht können wir uns beides leisten Wäre natürlich nicht schlecht Wir bieten mal an Es geht Damit ersetzen wir Und er ist schon 9 Punkte stärker Das ist schon mal Ein gutes Pünktchen Damit haben wir Sinelli Unter Vertrag genommen Das ist echt eine große Änderung Die wir hier bisher machen Wir haben jetzt knapp 9 Millionen noch Und ein Renningenieur Der wird 1,3 Millionen Und der Urwin Wo ist unser Der Urwin Da Kriegt 980 Auto 2 Ne Du sollst 4 Urwin Getaucht werden Auch für 3 Saisons Kriegst 3,1 Startbonus Nummer 200.000 Muss drauf halten Und Anbieten Er wird mehr Er findet die So einer verdient natürlich mehr Ist dir die vielleicht Ein Tick einfacher Was zu holen Und da haben wir Auch einen besseren Jetzt War schon mal sehr sehr gut Kann man Kann ich dir auch Direkt Punkte vergeben Ja guck mal Jetzt sind wir gut aufgestellt Hier Klar man muss gucken Vielleicht nächste Saison Den technischen Leiter Und vielleicht einen anderen Zu ersetzen Aber Das schauen wir mal Später dann Hier Punkte Können wir nicht verteilen Und hier Auch nicht Dann machen wir weiter Kannst du auch mal Als machen kann eigentlich Design für Chassis Ist schon fertig Das ging Relativ flott Das heißt Wir können jetzt schon Das bauen In Schnellformat Und Sechsfache Ausführung Oder machen wir Vierfache Ausführung Reicht ja eigentlich Vollkommen Und entwerfen Dann Direkt mal das ganze Auto Wieder verbessern Das ist krass Ähm Das nächste Nächsten Was bringt Frontflügel brauchen wir Wieder 1,5 Aber wir müssen aufpassen Es werden halt schon Extreme Updates Schon am Anfang der Saison Das muss man definitiv sagen Aber wir müssen halt Unser Wagen näher ranbringen Alle Punkte sind höher Auch wenn es nicht so viel ist Aber Das wird schon Wir müssen es halt am Anfang Wieso Im Geld aufpassen Passt das ganz gut Die Teamzentrale Ist im schlechten Zustand Upgraden Das heißt upgraden Also mal wieder Funktionstüchtig machen Wer bist du denn Gibt es hier noch neue Fahrer Gibt es auch neue Fahrer Dann eigentlich Oder sind das nur die Fahrer Die momentan dann da sind Ich glaube das bleiben Die gleichen Fahrer Größtenteils Mal gucken Ob da Sich noch viel ändern wird Gehen manche Fahrer auch Von der Formel 3 In die Formel 2 hoch Jupp Der Beckmann fährt jetzt In der Formel 2 Oh Elbion kann sich Steigern Dann machen wir einen Auf 75 Dann müssen wir Die verbessern sich Auch so Das ist schon mal Sehr gut Die sollten sich Deutlich mehr steigen Als vorher Weil wir halt Mittlerweile deutlich Besser aufgestellt sind Teamzentrale Ist renoviert Nicht Nicht benutzte Scouts Ist ja okay Okay Wir können auch scouten Komm Wir scouten alle Personen Wieso nicht Ja also Im Vertrag gibst du dir nicht Wenn du im Scouting Dann haben die Leute Was zu tun Ja muss sagen Sein Vater sieht aber Nicht ähnlich Also ein bisschen Aber nicht so Extrem Schassi ist fertig gebaut Da würde ich gerne mal gucken Einzelwagen Zwei einbauen Wie sehr steigern wir uns da Wir haben noch eines Was wir machen können Jetzt die Analyse Ein bisschen interessanter Ja Wir holen Langsam auf Wir sind jetzt nicht mehr Okay Hier Dem Bein Punkten Sind wir extrem schlecht Aber wir Entscheiden Für die Strecke Das sind halt Diese Punkte Also mittlere und niedrige Geschwindigkeit Da müssten wir uns Eher dran halten Okay Aber nicht an jeder Strecke Das ist ja auch klar Zwei Scouting sind abgeschlossen Da ein bisschen Beta Scouting Wir machen immer detaillierte Weil erstmal bin ich Jetzt mit den Fahrern Für die nächste Zeit Etwas aus Ja fertig Da sollte eigentlich Nicht viel kommen Design Zentrum Das ist die Frage Macht das Design Zentrum Unser Autostöck Projekt Okay wir können direkt Drei Projekte starten Aber wir sind jetzt erstmal fertig Ähm Ja ich bin irgendwie grad Voll verwirrt Was ich jetzt machen wollte Was ist eigentlich Mit dem Also unterboden ist Okay der Unterboden Ist schon sehr wichtig Ne Dann Dann natürlich die Frage Was wir hier noch machen Wollen wir direkt den nächsten Unterboden bauen Ist eigentlich immer da wo wir Am dringendsten halt Power brauchen Eigentlich würde ich sagen schon Frontflügler sind wir auch schon dran Das heißt Wir bauen direkt den nächsten Nehmen wir die restlichen Stunden erstmal rein Die restlichen Tage rein Der Unterboden Der macht oftmals schon Einen sehr großen Unterschied Kostet natürlich auch Geld Das muss man jetzt auch bedenken Vorsaison Frontflügel ist auch Schon fertig Wir haben die ganze Zeit Schon verbraucht Bevor wir anfangen Wir haben kein Ach ja Okay Entwicklung Bauen Frontflügel Normal Schnell Vier Vorausführungen Ich glaube man kommt alle Drei Monate glaube ich Neue Sachen zum Upgraden Und wie man sieht Können wir ja da Extrem schnell Sachen machen Unterboden ist fertig gebaut Der Frontflügler Ei 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 Geht hier relativ zügig Und wir fangen auch jetzt an Schon die Forschung zu machen Oder ist es noch zu früh Wollte gerade sagen Ist es zu früh Erst wenn es am 17 Okay wir müssen auch wieder hier Renovieren Das ist echt viel zu tun Zwischen den beiden Saisons Ah cool wir haben neue Zeiten bekommen Wir können neue Sachen abwerten Na dann Geht es direkt an die Neu Nächsten Sachen Einmal Heckflügel 1,6 Stunden Und 22 Stück Also das ist ja der Wahnsinn Wie schnell wir hier Updaten dürfen Alles geht nicht Sonderlich weit hoch Aber okay 1,6 Millionen Wir gehen auch zum Auto Wir müssen ja Sachen einbauen Äh Der Frontflügel Das Gute ist Sie kennen das Die kennen den Wagen ja noch Gar nicht so richtig Das ist ja auch Nicht so schlecht Wieso habe ich eigentlich Naja wir sind ja beim Nächsten Unterboden schon dran Da ist der Vorsaisontest Scouting von dem Alp Jetzt warten wir erstmal Mit dem Scouting wieder ein bisschen Du zentral ist Sauber Jetzt müssen wir aber noch Gucken Einrichtungen war irgendwas Was wir noch Reparieren mussten Danke sehr Und das Vorstandsbüro Auch Also die Aufhängungssimulator Ist kurz davor Dass wir den reparieren müssen Und sonst Erstmal wieder alles in Ordnung Testbericht Wir sehen nicht wie die Leute Im Dings waren Okay So geschwindigkeitsmäßig Sind wir auf dem siebzehnten Platz Neunzehnte Beschleunigung Ja es geht Ja wir haben hier noch 30 Tage ist der Unterboden fertig In 27 Tagen ist dann der Heckflügel fertig Also wir können immer so Pöger Wir können ja drei bauen Ne Aber wir haben keine Ingenieure mehr Umso weniger Ingenieure man reinpackt Umso Schwieriger Okay Klarer Himmel Einblumen dran Okay Dann mache ich jetzt Hier erstmal Ende Wir werden direkt reingehen Wir werden aber wie gesagt Das Training und so Alles wieder vorspulen Oder ich werde sagen Komm wir machen jetzt Das Training machen wir wieder Als eigene Folge Mit Qualifying Dass es diesmal eine eigene Folge wird Ohne das ganze eigene Stelle Und das Rennen wieder eigene Weil jetzt war ja Sogesehen nur Vorbereitung Für die Saison Und ja Ich bedanke mich Auf jeden Fall Dass ihr eingeschaltet habt Würde mich dann freuen Wenn ihr auch dann In Bachrein dabei seid Ne Mit unseren Neuen Fahrern Okay Man muss sagen Dings wird jetzt noch nicht fahren Der Fett von Mucci Ab Spanien Wird Sargent fahren Was ja auch okay wäre Und Ja Dann bis zum nächsten Mal Ciao